U-Bart, auf geht's! Würste her! Bitteschön! Einer muss ja das sagen haben heute. Ja, vorsichtig. Schöne Würste. Was ist das, ein Pflaster? Ja, die saugt die Würste. Hat man vergessen. Passt, hat keiner gesehen. Wären die ganz traditionell eingeschnitten, oder? Genau. Vier auf einmal, oder? Ja, genau. Dann so bist du schneller. Jetzt läuft ja wie geschmiert. Super, genau. Und die andere Seite auch noch. Machst du jetzt Kommandos, oder was? Wunderbar. Du kannst das, das ist nicht so klar. Muss aber gleich tief sein, gell? Da sind sie doch jetzt. Hör auf zu meckern. Zack. Wo wäre dann der Grill für dich? Auf den Blechen. Ja. Schauen Sie, wie die Küchengehilfe alle schauen. Die wollen auch mal alle ins Fernsehen. Sag's mal Hallo! Ja, also, hier ist einiges los. Die geben die dann aus, ne? So, die Würste nimmst du. Danke. Jetzt verschwind. Was ich gleich machen werde. Ja, gleich geht's weiter. Wir gehen wieder zu einem Paare hoch. Ja, Mann, guan ist fertig. Ja, Mann, guan ist fertig. Ja, Mann, guan ist fertig. Super. Ja, Mann. Hoang. Ja, Mann. Das war's.